Musik Wir wandern heute im wunderschönen Lahnstein im Rhein-Lahn-Kreis in den Wahlkampf sozusagen. Neben mir steht Sebastian Nusenmeier, der Spitzenkandidat der AfD Rheinland-Pfalz für den deutschen Kursdang. Und liebe Freunde, Robin Glassen, Direktkandidat hier um die Ecke und außerdem Platz 5 unserer Landesliste. Das heißt, wir brauchen richtig viele AfD-Stimmen, wir holen ein richtig gutes Ergebnis und schicken 5 Mann, unter anderem unseren Robin, nach Berlin in den Deutschen Bundestag, wo wir Rheinland-Pfalz haben stark vertreten. Ich zähle auf euch.